Soos, los, soos, komm Timo, wir fangen jetzt an. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Timos Kanal. Ich beginne heute die Anmod. Viel Spaß mit dem Video. Haut rein, ciao. Vielen Dank, Levin, für diese super tolle Anmod. Bitte, bitte. Finde ich auch sehr, sehr schön, dass du meine Anmod einfach so übernimmst. Ja, kein Problem. Mensch, gerade in der Corona-Zeit soll man den Älteren helfen. So alt. Hat keiner gesehen. Ich hab kein Schwert, warte, warte, ich hab kein Schwert. Ich kann dir keins geben, ich kann dir eine Eisenspitze geben. Nein. Da. Warte mal kurz. Alter. So. Jetzt wollen wir runter. Ich hab nicht mal Wasser. Ich hab nichts. Ich auch nicht, ich hab nichts. Warte. Ich bin ja toll vorbereitet. Wir springen in den Kessel rein, das würde auch echt gut funktionieren. Also, ich hab Enderpearl. Wir springen auf die Kiste. Auf die Kiste. So tief wie es geht. Nein, ich hab Enderpearl. Ja, ich nicht. Nee, die Waste. Spring auf, warte mal. Mein Mikro ist gerade runtergeknallt, geil. Warte, warte, guck mal, er bürst sich gerade hier hoch. Nein. Nein, ich stehe in ihm drin. Und, nein. Ich bin runtergebackt. Was ist das mal wieder? Ich, ähm. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Verpiss dich. Kapi, es geht weiter. Kaffee. Armee. Kajee. Verpiss dich. Geh weg. EGAL. Scheiße. Wahrscheinlich wird dein Video entmonetarisiert, weil ich den... Hör auf jetzt. Hör auf jetzt. Er mobbt mich schon wieder. Ja, tu ich das. Mimimi. Tschüss. Tschüss, Ehre. Nein. Raus mit, der Fischer. Oh, oh, oh. Guck mal, wie er den abstaubt wollte. Hast du gesehen, mit Schneewellen. Ja, ich hab's so halb gesehen. So richtig Ehre. Oh, die letzten beiden haben Schneewellen und Eier. Äh, Eier. Schneewellen und Eier. Und Eier. Man muss ja in dieser Corona-Zeit, muss man ja jetzt auch ein bisschen seinen Schuhkram weiter fortführen. Deswegen, wenn ich so viele Eier habe. Kapi's gehört. Es ist gerade deren Chance eigentlich, mich umzubringen. Ja, die kommen jetzt auch. Ja, das ist auch deren Chance. Okay. Mach mal zu. Und dann mache ich mir jetzt noch ein schönes Dierschwert, weil ich sie immer basteln. Aber was ist das Dierschwert eigentlich rot und alles andere Dierschwarz? Schwarz. Kapi's, gebilder. Fühl'n Kontrast. Du downloadest jetzt mein Tincture-Pack. Ja, das war's. Ich hab jetzt das wichtiger 20-K-Pack. Ich spiel' gerade mit irgendeinem keine Ahnung was-Pack. Ich hab keine Ahnung, wie das heißt. Blu-Ax irgendwas. Mann, lass mich doch. Hör doch, um mich kaputt zu spüren. Ich find dieses neue bei Levy-Mod relativ neu, ne? Dass man das so, ähm... Oh, TNT, Achtung. Oh. Und sie so. Okay. Und jetzt hoch. Hast du ne Sense? Mhm. Jetzt, kick ihn, kick ihn. Gut. In sein Mull. Äh, er sneert da unten, den kriegst du da nicht so raus. Ah, da unten ist er, warte. Einfach warten, einfach warten. Oh, dort hin krieg ich schon. Hä, du kannst schon mal Lava runtersenden. Ach, scheiße. Sende doch schon mal Lava. Hab ich nicht. Erster, erster. Bitte. Alter, sechs Kills. Nur ne sechs Kills-Runde. Und ich bringe, ich, ich sage, bei Levy-Mod, dass sie das verdammt nochmal fixen soll mit diesem Scheißer-Frau. Ja. Das funktioniert nicht. Er sagt das schon wieder. Das ist so zu... Sondern einfach nur, dass man anstelle API irgendwas einfach nur schreibt. Vielleicht ein Fragezeichen einfach nur hier schreibt. Geht nicht. So was, das ist nicht, was? Geht nicht. Schreibe einfach geht nicht hin. Oder unbekannt. Oder so, zu dumm für dich. Oder einfach, für dich nicht. Einfach so, für dich nicht schreiben. Ich brauche ein gutes Texture-Pack. Ich habe gerade keins. Nimm doch das T-Y-LP-Pack. Nein, ich nehme mein, mein Pack. Bei, bei, meinem Wash-Account. Übrigens, es gibt kein Texture-Pack von mir. Ich habe mir mal selber eins gemacht, aber... Ich habe, äh, mein Texture-Pack schon, also ich habe schon ein eigenes. Ich auch, aber ich habe das halt nicht veröffentlicht, weil es davon einfach viel zu schlecht ist. Also du kannst meins da... Und dafür, und dafür viel zu wenig, äh, Qualität da drin ist, dass ich das veröffentlichen will. Übrigens, in der Mitte war keiner, wollte ich nur so erwähnen. Ich lasse mich hier gerade berieseln mit geilen Eutems. War da einer? Ja, und ich wollte ihn runterkicken und bin dann selbst runtergelaufen. Das ist unangenehm. Der kommt doch bestimmt gleich hier rüber, dieser Nullock. Leute, downloaden einfach mal mein Texture-Pack, weil das ist, ähm, in Timos Videobeschreibung. Vielleicht? Hallo? Nein? Ich weiß ja nicht mal, ich weiß ja nicht mal, wo es das gibt und so. Resource-Pack 24. Das ist ja schön, da gibt es ja recht wenige. Das heißt einfach nur... Oh nein, da war geil. Mann, hier ist viel zu viel Kram, das kann man gar nicht alles mitnehmen. Oh, ich habe einfach sechs Gold-Ipfel. Oh, da würde ich mich gerade so gerne reinporten. Oh, ja! Mach ich auch. Okay, guck mal, das kann man hier downloaden, ganz einfach. Gibt es einfach JXLQR. Gabi, es kennt doch einfach Armee. Katje. Hier geht er rein und jetzt lass mich. Ach, scheiße. Bitte, aber du verbrennst noch. Die Leute hat sich halt echt viel umgenommen. Hallihallo meine Lieben! Was ist das für eine Kack-Map? Nein, die ist übelgelt. Ich bin einfach schon full-Dier. Hier, pur zwei. Oh, ja, die nehme ich auch noch. Oh, äh! Ich bin Mitte. Jetzt Mitte. Lulul. Hallihallo meine Lieben! Hallihallo meine Lieben-Killer-Schwalchen. Brauchst du Schnee? Snowballs. Ja, nehmen wir mal, ne? Nehmen wir mal. Da oben ist, da oben sind Stecker. Oh, ja, oh, ja. Können wir so weit werfen? Vielleicht. Nein. Hier unten klebt jemand. Und hier steht einer. Warte, ich kümmer mich um den. Nein, können wir uns um den? Nein, der hat ne Axt. Der hat ne Axt. Der hat ne Axt. Egal. Egal. Mann! Der hat ne Sensor. Egal. Ich bin tot. Ich auch. Folgt mir mal auf Instagram. Levin-Profon. Nein, das schnell ist so raus. Ja, ich kann dir ganz viel tollen Kram geben. Ja. Es ruck, hier guck mal, es ruckelt bei mir irgendwie gerade so krass, ne? Ja, bei mir gar nicht. Ich hab einen lockerflockigen Zwanziger-Pink. Lass mal hier rüber gehen. Ich bin zwanzig, hä? Was ist da los? Komm, kommst du mit? Ne, ich bin ganz hier drüben. Es hat geruckelt. Es hat geruckelt. Alles klar. Aua. Geiz ist geil. Ich hab einfach Geiz ist geil in Hühn geschrieben. Und nein, du baust dich jetzt nicht ein. Nein, ich möchte das nicht. So, jetzt bringt dir dein Kackfeuer nichts. Als ob du es da tun. Geiz ist geil. Ja, geil. Ich pack im Block drin. Deswegen hab ich gerade mal alle meine Heiltränke auf ihn geworfen. So, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren, das war's mit diesem tollen Video. Ich war's nicht. 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 Wer hat das so rumgeschrieben? Ich war's nicht. Äh, ja. Mach das, was in der Endcard steht. Und dann... Ich war's nicht. Ja, beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschau. Ich war's nicht. Sagst du auch noch Tschüss? Ich war's nicht. Tschüss.